Tür ist offen. Quasi so mit dem Orgasmus geht die Tür auf. Kann ich die Munition hier jetzt? Ja, die kann ich jetzt mitnehmen. Super. Für die Waffe haben wir doch noch 12 Schuss. Ja, da oben chillt einer. Lecker Furzgas. Das ist quasi so ein Zombie, liegt dahinter und lässt die ganze Zeit ein paar Gase ab. Weil Zombies, die sind ja so, denkst du ja, das ist ja so, das verwest und dann bilden sich da so Verwesungsgase. Und dann strömt das hier so raus. Oh, hätte ich fast übersehen, dich da oben. Ach, ich wollte ja jetzt mit der Waffe hier weiter rumlaufen. Ja, nee, ist klar, das sieht ja auch nicht aus wie eine Arena hier. Na, nein. Gut, ist doch keine Arena. Ups. Warum ist die olle... Warum strafet die dauernd? Huh. Zum Sinn von... Huh, er hat mir die Muschi gefasst. Huh, bin ich zurückgeschreckt. Was ist das da? Warum glitzert das da so komisch? Gibt's ja auch unsichtbare Zombies. Was ist das denn für eine Tür? Das heißt, die Tür ist nach außen. Wenn ich die öffne, werde ich in Weltall. Werde ich in Weltall. In Weltall werde ich geglauben. Huh, 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 huh. Oh, ah, ist warm. Hm, mal kurz den Arsch schwärmen. Ah, pfft. So. Hat keiner gesehen. Sowieso alles dreckig hier. Kann ich auch irgendwo in die... In die Lüftung kacken. Ich meinte natürlich... Das war jetzt das Geräusch, wie ich das Geld und die Munition genommen habe. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Ihr perversen Säue da draußen. Na, der hat auch ein chilliges Leben hier. Konnte sich angucken, wie ich über die Zombies... Äh... Okay. Hauptdurchgang. Leistung zu erkannt. Dunkle Armee. Und das war's. 15, 52, 110 Monster. L77 Kopfschüssel, 43% Genauigkeit. 3 von 6 Kugeln, 4 von 12 Tablets. Und wir haben diesmal nicht alle Kohle gefunden. Das ist ein bisschen doof. Und 50% Mission-Status. Das heißt... Äh... Wir können jetzt doch wieder upgraden. Ich dachte, das wäre schon der letzte Level, weil dieser komische Professor da die ganze Zeit rumlief. Und sagte... Look at the brain. The brain is the... The good thing at me. All women want my brain. Ja. Genau. Ich frag mich gerade... Haben wir eigentlich Geld, um uns... Diese komische Waffe da zu kaufen? Nein! Verdammt. Apropos. Turn around. Uh. Die könnten wir uns kaufen. Nein! Die können wir uns nicht kaufen. Uns fehlen verfickten Momente. So. Jetzt. Ja! Die wollen wir kaufen. So. Gucken wir mal. Es wird benutzt. Die können wir gar nicht upgraden. Oder können wir uns das nur nicht leisten? Okay. Es wird benutzt. Ah. Jetzt habe ich die Stadt meiner Schrotwaffe. Das könnte vielleicht ein Fehler sein. Weiß ich nicht. Weil die hier haben wir ja schon voll aufgerüstet. Aber die hier ist total die Noob-Waffe. Gibt es die hier eigentlich noch zum... Zum Abchecken? Oder ist diese Bogenschießwaffe mit der Bogenschießwaffe die den... Ja. 250. Das hier ist die One-Hit-Kill-Waffe. Toll. Jetzt habe ich die falsche Waffe gekauft. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Kann ich die ausrüsten irgendwie? Hallo? Benutzen? 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 Info? Ich will die benutzen. Ausrüstung. Wählen. Ah. Gut. Es ist nur ein bisschen blöd, dass man hier nicht sieht, was die Waffen so können. Gibt es eigentlich noch eine Alternative? Ich glaube, Granate, Tretmine und HE-Granate. Na gut. Dann halt zur nächsten Mission. Geld umsonst ausgegeben. Aber Upgrades hatten wir ja eigentlich alle eh schon. Dementsprechend kurzer Schnitt wegen der Ladezeit. Und ich trinke noch einen Schluck. Ziel. Finde den Ausweg. Hallo. War nicht so klug. Aber. Action! Alter, wie schlecht bin ich denn bitte als Schützin? Okay. Machen wir mal Zeit-Loopen-Action. Ich habe doch eben Zeit-Loopen-Action gemacht, oder nicht? Ich muss noch den nochmal mitnehmen. Oh, scheiße. Für die schon wieder keine Munition für die Waffe? Ja klar, die Munition habe ich ja auch verkauft, um mir eine Waffe zu kaufen, die ich jetzt eh nicht benutze, weil ich ein Idiot bin. Na, Chiller? Ich bin hier nur kurz mal mit meiner Muschi tätig. Lass dich nicht ablenken. Aber der guckt ja sowieso nicht hin. Oh, ein Pad. Heinrich Wagner. Wer ist highest? Es sieht aus, dass er in unsere Datenbank gehackt hat und unsere Forschung gesehen hat. Wir glauben nicht, dass er etwas weiß. Aber er hat versucht, Philipp zu kontaktieren. Ihr müsst ihn jetzt finden. Moment, ich muschi kurz nochmal die Tür auf. So. Okay. Diesen Raum hier, zumindest der Teil, kommt mir doch unheimlich bekannt vor. Ja, ja, Asset Recycling. Oh, und hier, dies ist mein Gelb. Ja. Na toll. Ja, war ja klar. Du Spacko. Immerhin sterbe ich jetzt nicht mehr sofort. Kopf ab. Jetzt nutze ich mal diesen Zeitlupen-Modus. Der ist eigentlich ganz lustig. Ich muss mal kurz nachladen, Junge. War das immer eben? Ah. Hey, mein Herz ist ja wieder voll. Irgendwoher kenne ich diesen Teil des Ladens. Warum ist das Blut da hinten an der Wand durch diesen hellen Effekt trotzdem dunkel sichtbar? What the fuck? Sieht man sonst noch irgendwas durch diesen hellen Strahl? Nö. 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 Aber das ist ehrlich. Das ist doch offensichtlich, Leute. Dass man das sehen kann, liebe Level-Designer oder Programmierer. Nee, nee, nee. Sagt er wahrscheinlich wieder, du hast irgendein Programmierer mit dem Shader Mist gebaut. Hey, das ist die meine Schuld. Genau. Schieb die Schuld auf andere. So, mal kurz wieder entsperren. Ihr kennt den Gag mittlerweile schon. Und hier auch mal wieder. Da es hier immer noch Geld und Munition gibt, hoffe ich doch mal, dass ich dann vielleicht diese komische Waffe, die ich da aufgesammelt habe. Okay. Altbekanntes Prinzip. Hup. Hup. Ähm. Ähm. Äh, der da. Nein. Jetzt hat er gefurzt. Äh, 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 der. Äh, äh, der da. Ähm, äh, nein. Verdammt. Äh, äh, der da. Ähm, der da. Der da. Und, äh, der da. Ich bin so schlecht bei sowas. Äh, eins, sechs, acht, sieben. Tja, Professor, da hätte es mir lieber nicht beibringen sollen. Gibt es hier sonst noch was? Die Schränke? Nö, sonst gab es hier nichts. Da haben wir kurz männlich zurückgehechtet. Munition ist voll. Gucken wir mal hier. So, ich spare die andere Waffe, weil die andere Waffe ist toll. Ähm. Was geht denn nun ab? War ich hier nicht eben schon? Na gut, da ist ein Gegner. Da war ich also noch nicht. Mist, da komme ich nicht rauf. Wow. Hau ab. Habe ich Zielhilfen noch aktiviert? Ich glaube schon. Ah. Fuck, 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 fuck. Alter, wo kommt jemand? Ach ja, ich habe ja Autoheal. Hahaha. Haha. Leckt mich alle. Ich habe Autoheal. Da. Zack. Autoheal for the win. Yay. Wah. Wah. Fuck, fuck, fuck. Wo kommst du denn her? Ja. Willst du mich verarschen? Wo kam der denn her? Der war doch eben noch nicht da. Bip, 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 bip. Verdammt, verdammt, furz. Das da. Ähm. Äh. Äh. Ähm. Äh. Das da. Mist. Äh. Also nochmal. Nein. Verdammt. Das da. Nein. Das kann doch nicht angehen. Das da. Das da. Ähm. Äh. Das. Nein. Das da. Das da. Das da. Also nochmal von vorne. Das da. Und äh. Das da. Und äh. 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 Dies da. Und ähm. Dies da. Und äh. Äh. Wo ist denn der? Das da. Puh. Das war ja knapp. 40, 139. Das ist meine Postleitzahl. Nicht. Alter. What the fuck. Ist doch dieser Spacko da. Kann ich die mitnehmen? Kann ich die mitnehmen? Ich will die mitnehmen. Nein. Hahaha. Der hat ne Winikan und die kann ich nicht mitnehmen. Ich fühle mich hier echt gerade ein klein wenig, äh, denunziert. Einfach nur mal so auf Spaß. Oh, Internet. Acht Minuten zwölf. Leistung zu erkannt. Die dunkelste Stunde. Getötete Monster 54. Kopfschlüsse 37. Genau. Ich kenne 50 Prozent. Zwei von vier Geheimkugeln. Einen von zehn Tablets. Und gefundene Kredite. Alle. Fortsetzen. Das war ja jetzt aber mal ein kurzer Level. Und äh. Theoretisch könnte ich mal gucken, ob ich das Ding hier aufrüsten kann. Das kostet ja. Toll. Der zweite Aufrüstding kostet schon so viel Geld, wie wir gar nicht mehr haben. Kann ich mit sieben Gold eigentlich irgendwas kaufen? 25? Äh. 35? 45? Ja. Turn around. Okay. Gucken wir mal bei Waffen. Ach Mist. Ausrüstung. So. Wo kann ich eigentlich sehen, wie viel Info? Das Ding ist 5 Prozent geupgradet und macht 30 Prozent Schaden. Was macht die hier an Schaden? 65 Prozent. Äh. 65 Schaden. Tja. Was macht die hier an Schaden? 125! Heißer! Hier können wir nur nach Nachleisezeit und Genauigkeit upgraden. Lohnt sich nicht. Hier können wir auch nichts mehr upgraden. Bei der hier könnten wir noch Pierce upgraden, aber das bringt jetzt auch nicht so wirklich was. Hauen wir eigentlich quasi nur Kohle raus für. Durchschlagskraft benutzen wir ja eh nicht. Nachher ein bisschen verkaufen. Könnten wir Genauigkeit. Oh. Egal. Nächste Mission. 1. 2. 9. 11.